soja und haut rein und support und buddy und cookie bis zum schluss jungs danke und johnny auf jeden fall korrekt von dir gesagt ich wünsche noch einen schönen tag digga und habt noch viel spaß die was du machst und viel glück so richtig habe ich gesagt also möchte ich gerne nicht sagen sondern ich möchte es gerne johnny du kannst verstehen wenn ich nicht dabei sein kann ich habe dein stream offen digga und meine über dem pc war ja die maschinenpistole hast gibt mir ja kaka gibt mir ja und lagerfeuer gibt mir bitte auch ist eine mission von dir das ja ein digga wenn ich jetzt ein ausgub gegeben hätte ich wäre so ausgeflippt hier ist ein gegner digga mein aim absolut hier bei mir ein chakulan hier bei mir ein bisschen dich auch dich du 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 genau der hat mich gut du hast aber gesehen was ich gemacht habe ja ich guck dir zu oh mein gott jungs ich kann gerade ich bin gerade absolut am zweiten jungs ok es bleibt nämlich mit verbände nämlich mit was gibt es dir nach dg alle mit revolver geholt ich habe vier leute mit revolver geholt ja oder so sorry ja ich habe gesehen oh mein gott der gleich schick mein leben was mache ich hier oh mein gott habe ihn herzen case jungen was hier los hat jemand schott kamoni musst du alex von der liebte nur noch ich mag dich fanta alex hast du schott kamoni das maschinenpistole die war und ein handfeuer money bitte ich brauche beides leichte patronen oder hast du keine money digga hatte ich keine musik ohne was los ist so genau oder finde ich auch noch am start ich brauche mani du kannst mir keine freundschaftsanfragen schicken ich habe das ausgestellt wo ich habe schluck auf digga hier ist alles lerne als ob kaputt spielt nur noch dass er ein digga du bist der einzige der kills hat von uns allen in der part er ist hat null es hat so drückt du kannst nein ich nehme keine freundschaftsanfragen an du kannst du meiner community join jojo man kann mir keine erfahrt schicken digga ich habe ja terminator sowas ist wahrscheinlich schwierig ausrufezeichen psn um community reinzukommen hast du gesehen am baum stabil glaube nicht wieder alles digga alex staubsauger alter der ich brauche mich schaden mit handfeuer waffen hey bei dir hast du mal bock im pubg mit mir zu zacken oder darüber einen leisten zu machen leistung nicht ohne ich kann nicht mit euch einfach zusammen stümen ich weiß wie ich mein ortiger ort danke dankeschön alex andrea schreiber heim und schön herzlich willkommen schön herzlich willkommen und schönen guten tag der neue raketen 2 der neue raketenwerfer ist voll scheiße ja ohne wie gesagt wir können gerne mal mit pubg privat zocken und darüber reden aber zusammen streamen wird schwer kann ich nicht einfach machen weil ich mein dann wollen alle anderen auch und ja ich kenne euch halt nicht so und da muss halt auch alles zusammen stimmen weißt du und passen ich habe heute gar mein gott wir laufen aber liege bett mit laptop und handy kopfhörer gehen nicht oh nein ach so ja vielleicht digga neuer rekord für mich so ich und mein holz holzi holzi holz digga wie viele zaps du gemacht hast du hattest wie viel 7 glaube ich du hast mit 7 gestartet gestartet hast du mit 7 das weiß ich ja oh mein gott digga von jetzt hat es auch gut bei 39 digga voll krank ist so man heftig jungs wir zu port es ist einfach krank digga ich finde das gegner und sogar zwei er ist sie schon oh mein gott 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 komm her wo ist her oh 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 nix digga ach er nimmt es auf krug ehrenbruder nice ich habe es gesehen bisschen dumm von mir dann kommen noch gegner terminator terminator schreibt für sich aber ist da danke 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 und sind die oh mein gott von allen seiten die sie hier werde ich gerade besuchen mit zentrisch ja der ist weg gelaufen der ist unter dem berg weg gelaufen hartiger hörst du das wieder ausrasten oh my god connect noch da fliegt einer oh my god 13 oh my god 13 17 war dann rekord wartiger ja ich habe so locker 14 9 solidär was geht das kostet noch drei hast du die siebzehn schon mal war ja ich hoffe ich mal neun kill rekord wer heftig stimmt digga hat recht jumper digga oh mein gott digga lud leg oh mein gott alex du hast mir so den weg gezeigt heftig digga so jux lasst auf jeden fall für die krasse scheiße hier mal ein like da nur so kurz die hände abwischen schwitze schwitze pro spieler hat spaß nein digga was brauchst du alex ich weiß nicht was er braucht heute oh my god ostergranaten die sind da oben auf dem gebäude da an der mitte was hat diese scheiß granaten werfe für bachs jungen wenn man wackelt mein ohr oh mein gott oh mein gott da ist er da ist er da raste grad richtig aus alter digga hättest du den getroffen ne klar ja du zeichst du kannst du dein sparke jetzt finde ich tausend oh mein gott 17 wo sind die ich habe schon wieder 17 kids gemacht ok wir müssen los ich habe nichts mehr zum bauen ja ich merke schon ich will wenigstens in die zone kommen oh mein gott ja mal noch ein key jungs dann habe ich meine ist jetzt kein besonderer key record aber es ist mein rekord den ich jetzt brechen möchte und darum geht es mir ich habe keine ich habe keine die 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 oh my god 18 19 oh mein gott oh mein gott holy shit 20 stegar 20 oh mein gott oh mein gott oh mein gott digga oh mein gott was habe ich gemacht digga was hab ich gemacht digga oh mein gott digga digga niemals digga niemals ich musste kurz die zeit anschauen oh my gott digga das sind gegrillt oh my gott digga